Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Hier hat Bitcoin unter 27.000 US-Dollar gefallen. Wir hatten gestern nochmal einen krassen oder einen relativ flotten Abverkauf in Richtung 26.355 US-Dollar. Wir haben den Orderblock abgeholt, das ging dann alles relativ zeitig gestern. Somit sind auch Bitcoin und Ethereum auf Stop-Loss-Entry bzw. nach Profiten, die wir genommen haben, jetzt ausgestoppt worden. Ich habe mich dann gestern dazu entschieden, nicht nochmal in irgendeine Position reinzugehen. Wir werden uns das Ganze jetzt mal ganz genau im Video anschauen, wie es bei Bitcoin und bei Ethereum weitergehen könnte. Außerdem natürlich auch ein bisschen auf die Newslage gucken. Und ja, bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Signale, Trades etc. pp., kommt da gerne rein. Alles for free und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 26.800 US-Dollar. Wir sehen hier diesen relativ flotten Abverkauf dann gestern Abend noch um 19.20 Uhr ungefähr. Circa wann das war. Richtung 4-Stunden-Order-Block, also diese 4-Stunden-Box hier unten. Wir sind jetzt gerade im 1-Stunden-Chart, aber das ist eine 4-Stunden-Box hier unten. Mit diesem Order-Block, den wir unten haben, wurde perfekt abgeholt. Daraufhin jetzt erstmal so eine kleine Gegenreaktion nach oben. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz mit dem FIP-Level dazu an, ob wir hier ein bisschen Confluence sehen von dem Abverkauf. Da sehen wir auch, okay, perfekt hier oben auch wieder ins kleine Golden Pocket gekommen. Also Abverkauf für mich persönlich erst einmal noch nicht vorbei. Was jetzt möglich ist, wenn wir uns das Ganze mal im 4-Stunden-Chart anschauen, weil da sieht das Ganze relativ ugly aus, um das mal so ein bisschen auszubeschreiben, wenn man so sagen kann. Wir haben hier unten noch einen ordentlichen WIG zu füllen, der bis ungefähr 25.800 US-Dollar geht. Und jetzt natürlich gestern noch diesen WIG, der von 26.700 bis ungefähr 26.300 US-Dollar eben geht. Das heißt, zwei WIGs, die wir hier noch meines Erachtens nach zu füllen hätten, die wir auch füllen sollten. Und wo natürlich auch eine Menge Liquidität darunter liegt. Wir sehen es am Volumen. Beide WIGs mit relativ viel Volumen hier gebildet. Vor allem der hier sollte im Laufe des Tages oder im Laufe des Wochenendes auf jeden Fall noch gefüllt werden. Und die Newslage heute sehr, sehr dünn. Es gibt keine wirklichen News, deswegen müssen wir da jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Aber trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe dann gestern, habe ich ja noch dazu geschrieben, wer gestern das Video angeguckt hat, Ethereum, perfekte Reaktion erst gewesen, wurde dann wie gesagt ausgestoppt. Und dann habe ich noch, wo habe ich es später, genau, BTC wurde dann Stop-Loss Entry. Das heißt, 26.890, sorry, stand ein bisschen auf dem Schlauch, wurden wir dann hier ausgestoppt. Neue Positionen, wie gesagt, ist jetzt erst einmal nicht geplant. Strukturmäßig gefällt mir das alles überhaupt nicht. Übergeordnet wäre es eigentlich wirklich jetzt mittlerweile am besten. Okay, wir haben jetzt ein tieferes Tief und sowas gebildet. Alles schön und gut, dass wir hier wirklich runter Richtung 25.300, 25.400 US-Dollar gehen. Wir haben immer noch die Ineffizienz hier drüben zu füllen, die noch ordentlich ist. Das heißt, sobald wir hier diesen WIG hier unten füllen sollten, kann es relativ flott eben hier unten zu diesen 25K gehen, über die wir schon länger sprechen und natürlich dann das Golden Pocket auch nicht mehr so weit. Das heißt, nächste Position für mich jetzt persönlich, erst einmal wäre hier unten der Bereich 25.300 US-Dollar. Den Bereich würde ich mir eben gerne holen, einfach um diese Ineffizienz zu füllen, um die Liquidität in diesen Bereich reinzubringen und von hier aus dann im Endeffekt eine Position so langsam aufzubauen für nach oben hin. Wir schauen jetzt mal ganz kurz auf den Dollar, wie der sich die letzten zwei Tage jetzt entwickelt hat, weil wir gestern nicht drauf geguckt haben. Wir sind jetzt hier komplett skyrocketing nach oben hin gebrochen. Wir haben sogar diesen Widerstand, wo wir darüber gesprochen haben, was ja so das Etappenziel war. Diese 103 US-Dollar komplett einfach mal nach oben hin, hops, rausgenommen. Dollar sehr stark, Bitcoin etwas unter Druck. Wir kommen jetzt hier in die nächste Zone, wo der US-Dollar vielleicht eine minimale Korrektur starten könnte. Aber momentan sieht der Dollar einfach ein bisschen zu bullisch aus. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ich glaube, ich habe es gestern auch mal dazu gesagt, dass das Ganze bis dahin geht, bis wirklich die USA verkündet, okay, wir erhöhen wieder die Schuldenobergrenze, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Dollar relativ stark ist einfach und wir dann erst wieder eine Korrektur nach unten hin sehen. Also sieht erst mal nicht rosig aus wirklich für Krypto, ist aber genau im Endeffekt das, auf was wir gehofft haben, dass wir hier wirklich nochmal in den Bereich hier dann runtergehen, eben in die 25.300 US-Dollar-Regelrunden. Das heißt, für uns das erste Mal keine wirklichen Setups in Sicht. Für mich persönlich, solange wir hier jetzt nicht wirklich ein höheres hochbilden, und das war halt eben auch gestern wieder der Fall, wir sind zwar hochgekommen, haben aber kein höheres hochgebildet. Das war ja schon die Sorge, die wir gestern darüber gesprochen haben, wir hätten ein höheres hochbilden müssen, haben wir nicht. Wir sind hier konsolidiert und dann ging eben der Abverkauf nach unten hin los. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Schauen wir uns das auch mal ganz kurz an. Da war ja gestern Trade-Signal drin, habe ich ja dazu geschrieben, war das hier ETH, also Ethereum mustergültig, Ineffizienz gefischt, das, was wir genau gestern früh besprochen haben, genau ein bisschen knapp unter das 0,5er gegangen, aber die Ineffizienz gefischt auf einen 1-Stunden-Chart. Erster Take-Profit, 1.820. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hochgekommen, haben hier die Reaktion gesehen aus diesem Bereich eben, sind dann hochgekommen bis auf 1.819 US-Dollar. Und dann wurde uns ein Take-Profit nicht ausgelöst, dann ging es wieder ein bisschen runter, es ging ein richtiges Rumgeeier los und dann habe ich so gesagt, bei 1.810, sorry, ich mache jetzt die Position zu, lieber minimal Profite hier nehmen, weil mir die ganze Struktur einfach nicht gefallen hat und keine, ich glaube, keine Stunde später oder wann es war, sind wir dann komplett nach unten hin durchgebrochen. Wir sind bis auf ungefähr 1.771 sogar runtergefallen. Also auch hier ist keine wirkliche bullische Struktur mehr vorhanden. Klar wurde wieder alles aufgekauft, wir sind jetzt genau da, wo wir gestern wieder waren. Trotzdem für mich momentan keine wirkliche bullische Struktur, wo ich sagen würde, okay, wir gehen in den Trade rein. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, ihr seht schon, ich habe diese Box hier drüben weitergezogen, das war hier auch eine kleine Ineffizienz. Auch die wurde gefüllt, genau dieser Orderblock, war aber kein 4-Stunden-Wang, kleinerer Orderblock, wurde gefischt, aber auch mit einem riesigen Wig hinterlassen auf dem 4-Stunden-Chart. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin, zwei riesige Wigs, meines Erachtens nach sollten die alle noch gefüllt werden, bis ungefähr 1.740 mindestens. Und also auch hier jetzt erst einmal, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eher short-orientiert. Auch wenn man jetzt dazu sagen muss, okay, wir haben kein tieferes Tief jetzt hier mehr, wir haben auch kein höheres Hoch, sieht es zumindest so aus, dass wir uns mindestens eben diesen Wig hier unten nochmal füllen, dass wir so vielleicht die Möglichkeit haben für einen doppelten Boden, um dann nach oben hin vielleicht einen bullischen Count nach oben hin zu bilden. Aber momentan jetzt noch irgendwie bullisch einzusteigen, würde ich erstmal Finger von lassen. Es ist einfach alles momentan ein bisschen kirre, muss man schon ganz ehrlich dazu sagen. Die ganzen Charts an sich gefallen mir auch nicht wirklich. Nächster Support, wie gesagt, sind die 1.740 US-Dollar. Sollten wir da runtergehen, dann die Situation neu beurteilen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo die nächsten Volumen-Candles hier sind. Da sehen wir, okay, wir hätten hier unten vielleicht noch so einen kleinen Bereich bei den 1.689. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen zu weit weg. Alles ist noch ein bisschen, ja, schön Reederei. Ist einfach momentan kein wirkliches Setup, wo ich jetzt sagen würde, okay, da können wir jetzt reingehen. Wir können nochmal übergeordnet uns das FIP-Level dazu ziehen. Das heißt, von diesem ganzen Aufkauf, den wir hier gemacht haben, schauen wir mal, ob wir hier Confluence haben, sehen wir auch, okay, die Chance, dass wir hier bei den 1.680 reinkommen, hoch, wenn Bitcoin Richtung 25.000 US-Dollar runtergeht, weil wir dann hier unten auch das übergeordnete Golden Pocket haben. Aber wie gesagt, müssen wir schauen. Für mich momentan einfach kein Einstieg hier drin, den ich sagen würde, okay, da können wir jetzt gefahrenlos reingehen oder hier irgendwelche Profite mitnehmen. Es heißt, momentan sind einfach keine Trades jetzt offen. Ich beobachte die Situation genau, auch im Laufe des Tages sollten wir nochmal runtergehen. Vielleicht nochmal die Chance, wenn wir hier kein tieferes Tief reinkriegen, dass wir hier gegebenenfalls nochmal einen Abtrend reinkriegen. Aber an sich gefällt mir das ganze Bild nicht. Ich bin eher erst einmal ein bisschen bearish eingestimmt. Gut, dann war es das erstmal so zu Bitcoin und Ethereum. Etwas ausführlicher, ein bisschen so Erklärung noch für gestern. Ich würde sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News über. Ledger, der Abschluss einer Hardware-Wallet. Ja, ist echt überall in aller Munde. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen sollte. Im Endeffekt müsst ihr selber wissen. Ich bin eher, keine Ahnung, Bitbox-Fan mittlerweile geworden. Aber gut, Ledger benutze ich trotzdem. Aber wie gesagt, nutzt einfach nicht dieses neue Verfahren da und gut ist. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitagmorgen rein. Ich hoffe, ihr habt aller gestern gut den Vatertag überlebt, wer das gefeiert hat. Ich persönlich nicht. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite. Später kommt noch ein XRP-Update-Video. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.